Ich steh' früh auf, guck' mir die Zehn und zieh' mich an. Danach wasch' ich mich nehmen. Ich meine erst, was ich mich, und dann zieh' ich mich an. Nach einem Aktimal bin ich bereit, also jump' ich auf mein Bike. Und süßes Tag mit meinem BMX-Bike, Navi-Jet-Pets, ich zum Kindergarten, wo Schuhe und Gürchen und auch für nette Kinder waren. Wenn ich da bin, zieh' ich mein Nike auf und zieh' bei die Haus-Schuhe an. Oh-oh, es gibt Kinder, die stellen sich schon morgens früh stur an. In unserem Kindergarten ist immer viel los. Darüber zähl' ich euch mit meinem Stil und Lust. Ich muss euch unbedingt was erzählen. Über den Stuhlkreis. Am Anfang wollte ich nie im Kreis sitzen. Jetzt kann es nicht so cool wie Eis. Aber jetzt find ich den Kreis toll, weil wir da singen und beten. Viele Spiele spielen und reden. Oh, ich hab's fast vergessen. Natürlich gibt es auch, was du essen. Wie Brot und Ohr. Wenn wir auf Essen, werden wir gelohnt. Erst ist das getankt, danach getobt. Ab auf die Wiese. Dort machen kleine Fläsche Werke ein auf Riese. Und schuppen einen gegen die Wand. Oder beschmeißen einen mit Wamm. Die Erzählerin kriegen es kaum mit, leider. Auch wenn, schmacken die Dopp lieber weiter. Oh, es geht super viel. Oh, es wird das wieder lieb. Gemälder Mike, yo. Er kennt doch den Dress. She is back with a brand new dress.